so willkommen zurück zur nächsten folge von warcroft 3 und zwar sind wir auf dem weg in die richtung von stratholm dauert noch ein bisschen glaube ich wieder ankommen das kapitel heißt der marsch der geisel haas glenn endlich ich könnte etwas ruhe vertragen offenbar rüsten sie sich dafür eine schlacht prinz arthas in der nacht dauchte eine riesige armee und toter krieger auf und griff wahllos dörfer an nun ist sie auf dem weg hierher verdammt jana ich bleibe hier und schütze das dorf sputet euch und berichtet lord uta schnellstens was geschehen ist aber geht jayner jede sekunde zählt ja teleportation ist man ruckzuck dahin wo da wo man deshalb wartet was befand sich in den kisten nur eine lieferung getreide aus anderhal keine sorge mir laut es wurde bereits unter den dorfbewohnern verteilt nein die solche sollte mein volk nicht etwa töten sie sollte es in untote verwandeln ach du scheiße ach du scheiße ich stehe für das licht ach was das licht ist meine stärke eine verbeugung ist nicht nötig was ist jetzt rum holen ich stehe für das licht natürlich ein solider plan ja für die ehre dafür brauchen wir mehr ein solider plan was das licht ist meine stärke natürlich ein solider plan natürlich ja natürlich ja ein solider plan ich stehe für das licht für die ehre für die ehre für die ehre für die ehre das licht ist meine stärke natürlich für die ehre ja für die ehre natürlich für die ehre Guck mal, was er hier macht. Okay, das sind schon zu viele. Das ist schon einer zu viel. Jetzt ziehen wir raus. Bist du da schon? Haben wir schon mal. Kacke. Kacke. Sicher nicht. Zur Arbeit. Warte mal, ihr könnt das doch reparieren, oder? Ja, mein Gott. Na gut. Jetzt reparieren wir das einfach gegen. Easy. Ich stehe für das Licht. Okay, easy. Versteht etwa Gefahr? Natürlich. Die Richtung. Ähm. Stehe für das Licht. Ja. Wir können uns hier ein bisschen umschauen. Aber letztendlich müssen wir Beteiligung aufbauen. Erstmal forschen. Es ist mehr Holz erforderlich. Ich mag das nämlich geforschen. Forschen ist gut. Es ist mehr Holz erforderlich. Ah, ja, ja. Das Licht ist meine Stärke. Ja. Wenn wir jetzt die ganze Zeit wieder. Natürlich. Wenn nicht so gut. Was braucht ihr? Bereit zur Arbeit. Habt ihr ein Ziel? Ich stehe für das Licht. Äh, ihr geht einfach weiter. Das geht schon. Für die Ehre. Das geht schon. Ein solider Plan. Ich bin schön. Ich bin schön. Unten haben wir zwei. Da haben wir auch zwei. Alles klar. Da läuft noch. Was braucht ihr? Ich stehe für das Licht. Natürlich. Für die Ehre. Ein solider Plan. Oh, hier ist noch eine zweite Mine. Sehr gut. Äh, nein. Zeit zu gehen. Verbeugung ist nicht nötig. Natürlich. Ein solider Plan. Natürlich. Was braucht ihr? Eis hier? Steht etwa Gefahr? Ein solider Plan. Moment, noch nicht. Für die Ehre. Natürlich. Ja. Ein solider Plan. Was braucht ihr? Okay. Es ist mehr Gold erforderlich. Es ist mehr Gold erforderlich. So scheiße. Warte mal. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Ja. Für die Ehre. Ein solider Plan. Zeit zur Arbeit. Für die Ehre. Natürlich. Ich stehe für das Licht. Wo kommen die denn her? Für die Ehre. Besteht etwa Gefahr? Ein solider Plan. Zeit zur Arbeit. Natürlich. Forschung abgeschlossen. Ja, mein Lord. Ja, mein Lord. Er zählt? Ein solider Plan. Ja. Von den Bergen sind Oga heruntergekommen. Sie scheinen auf einen Kampf aus zu sein. Okay. Findet ihr auch geil. Ist ihr? Ich stehe für das Licht. Für meinen Vater, den König. Für meinen Vater, den König. Geht auf eine. Jetzt gibt's keine Rettung mehr. Für meinen Vater, den König. Was ist? Ich stehe für das Licht. Jetzt gibt's keine Rettung mehr. Okay. Arbeit, Arbeit. Ach, hier war das. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Besteht etwa Gefahr? Ja, das ist ja besser. Okay. Ein solider Plan. Ich stehe für das Licht. Schön schön. Dann gehen wir bis hierhin runter. Was braucht ihr? Was? Was ist? Was? Habt ihr ein Ziel? Nein. Wir, aber. Was braucht ihr? So, ihr macht das jetzt nicht fällig. Was ist? Was braucht ihr? Oh, noch welche hergestellt? Unsere Streitkräfte werden über die Schmerzen. Aber ich stehe für das Licht. Problem. Ja. Ein solider Plan. Ah, ich glaube, wir holen uns hier nur Drescher ab. Ja. Für die Ehre. Ja. Besteht etwa Gefahr? Ein solider Plan. Wir holen uns hier, glaube ich, nur Drescher ab. Das Licht ist meine Stärke. Ja. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Wer habe ich mit eurer Schütze? Ja, mein Lord. Das machen wir nicht. Aber ihr könnt zum Beispiel gemeinsam den nochmal eben bauen. So tut er nicht. Okay. Okay, du kannst da hin. Äh, nee. Nee, 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 nee. Ja, mein Lord. Na gut. Alter, nicht euer Ernst. Was ist? Ja, mein Lord. Ich gehe dann mal. Ja, mein Lord. Ja, mein Lord. Habt ihr ein Ziel? Ich kümmere mich darum. So. 22 Minuten müssen wir noch warten. Mal gespannt. Mal nicht erhöhen. Das ist wahrscheinlich schon oben. Was braucht ihr? Arbeit ist verbracht. Nein. Nein. Nimm das, du Penner. Feuer. Zeit zu gehen. Ich kümmere mich darum. Ei. Ich kümmere mich darum. Ich stehe für das Licht. Das Licht ist meine Stärke. Müssen wir den jetzt da kaputt machen aus? Ich stehe für das Licht. Hier sind die anderen. Ich stehe für das Licht. Ey, wo ist der? Das Licht ist meine Stärke. Ein solider Plan. Natürlich. Eis hier. Ah, ah, ah. Komm, komm. Jetzt wird gerichtet. Was braucht ihr? Ich stehe für das Licht. Spürt meinen Zorn. Versteht etwa Gefahr? Eine Verbeugung ist nicht nötig. Wo ist die Karawane denn? Versteht etwa Gefahr? Wo ist die Karawane denn jetzt? Ja, noch einmal kaum Kosten. Ja, mein Lord. Ich gehe dann mal. Ich kann hier nicht bauen. Richtig. Na gut. Mörder! Ja, mein Lord. Richtig. Ich stehe für das Licht. Für die Ehre. Ja. Ja. Okay, Geld kriegen wir ja schon mal ganz gut jetzt. Arbeit ist voll brav. Okay. Arbeit ist voll brav. Okay. Okay. Mörder! Zeigt uns ein Ziel. Gehen wir kämpfen. Das Licht ist meine Stärke. Nicht so schnell. Ich stehe für das Licht. Forschung abgeschlossen. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Zeigt uns ein Ziel. Das Licht ist meine Stärke. Ich stehe für das Licht. Unser Stadt wird belagert. Schneller meine Brüder. Oh fuck. Wenn wir die Ladung verlieren, lässt uns der Meister köpfen. Arbeit ist voll. Arbeit zur Arbeit. Ich stehe für das Licht. Ein solider Plan. Wo wollt ihr uns haben? Ich stehe für das Licht. Für die Ehre. Und für meinen Vater, den König. Ja. Ein solider Plan. Für meinen Vater, den König. Ich bete nur, dass das Getreide nicht in noch mehr Dörfer geliefert wurde. Bereit zur Arbeit. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Ja. Für die Ehre. Ja. Natürlich. Für die Ehre. Hallo. Bereit zur Arbeit. Was ist? Mehr Arbeit. Was? Mehr Arbeit. Forschung abgeschlossen. Gehen wir kämpfen. Boah. Nicht nötig. Ein solider Plan. Zeigt uns ein Ziel. Hallo. Das Licht ist meine Stärke. Arbeit ist vollbracht. Arbeit ist vollbracht. Ja. Ich stehe für das Licht. Was braucht ihr? Steht etwa Gefahr? Für die Ehre. Ich stehe für das Licht. Zeigt uns ein Ziel. Gehen wir kämpfen. Besteht etwa Gefahr? Okay. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Also für das auch nicht. Also egal. Besteht etwa Gefahr? Das Licht ist meine Stärke. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Und wollt ihr uns haben? Ich stehe für das Licht. Ich stehe für das Licht. Hallo. Einsatzball. Ja, mein Lord. 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 Ich kann hier nicht bauen. Ja, mein Lord. Ich stehe für das Licht. Zeigt uns ein Ziel. Hallo. Gehen wir kämpfen. Muss gehen. Ich auch. Einsatzbereit. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Natürlich. Wo wollt ihr uns haben? Zeigt uns ein Ziel. Mörderkampf. Geht schon cool. Gehen wir kämpfen. Das machen wir doch mit links. Komm schon, kurzer. Sind unterwegs. Einsatzbereit. Hallo. Zeigt uns ein Ziel. Ruhekosten, okay. Das machen wir doch mit links. Oh, was haben wir hier? Arbeit ist vollbracht. Hallo. Ich stehe für das Licht. Dein Ernst. Ei. Das Licht ist meine Stärke. Für die Ehre. Gehen wir kämpfen. Ihr habt richtig entschieden. Ich stehe für das Licht. Natürlich. Bereit zur Arbeit. Arbeit ist vollbracht. Das Licht ist meine Stärke. Jetzt gehen wir hier einfach ein Haus löschen. Das ist mir egal. Ein solider Plan. Jetzt löschen wir den Haus. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Das Licht ist meine Stärke. Hallo. Dieser Kampf ist vorbei. Ich stehe für das Licht. Für die Ehre. Ich stehe für das Licht. Gehen wir jetzt hin. Das Licht ist meine Stärke. Ich stehe für das Licht. Zeigt uns ein Ziel. Eine Verbeugung ist nicht möglich. Roboti und Raben. Ja. Da steht etwa Gefahr. Das Licht ist meine Stärke. Wo wollt ihr uns haben? Ich stehe für das Licht. Natürlich. Ich stehe für das Licht. Wo wollt ihr uns haben? Eine Verbeugung ist nicht nötig. Ich glaube wir verlieren uns hier. Das Licht ist meine Stärke. Boah. Boah. Unsere Streitkräfte werden angegriffen. Ich stehe für das Licht. Befehle? Wo wollt ihr uns haben? Das Licht ist meine Stärke. Zeigt uns ein Ziel. Gehen wir kämpfen? Besteht etwa Gefahr? Hallo. Ich stehe für das Licht. Ja. Kann der, wenn ich totzeitig gesehen bin? Wo wollt ihr uns haben? Einfachsverein. Besteht etwa Gefahr? Für die Ehre. Okay. Wir müssen uns einfach mal ein bisschen jetzt hier sammeln. Wo sind denn hier unsere Goldmine? Die hat noch genug? Ja. Das Licht ist meine Stärke. Einsatzbereit. Können wir noch Mana-Trank rumfliegen? Eine Verbeugung ist nicht nötig. Das Licht ist meine Stärke. Ein solider Plan. Ja. Für die Ehre. Ich stehe für das Licht. Einsatzbereit. Gehen wir kämpfen. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Ja. Ich stehe für das Licht. Oh. Einen schönen. Hab ich. Was ist? Na gut. Einen schönen hab ich. Ich gehe dann mal. Ausbau abgeschlossen. Ausbau abgeschlossen. Versteht etwa Gefahr? Zeigt uns ein Ziel. Was braucht ihr? Eine Verbeugung ist nicht nötig. Hallo. Zeigt uns ein Ziel. Wo wollt ihr uns haben? Kostet den bittersüßen Tod. Ich stehe für das Licht. Die Angriffe sind immer da und da. Die kriegst du aber auch nicht kaputt, weil die dann so stark sind. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Gehen wir kämpfen. Immer mobil. Besteht etwa Gefahr? Ein solider Plan. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Das heißt, wir müssen jetzt nicht die ganze Zeit warten. Woops. Wo wollt ihr uns haben? Komm schon, kurzer. Sind unterwegs. Immer mobil. Weiter, 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 weiter. Ihr habt richtig entschieden. Ist gemacht. Wir sind tot. Immer mobil. Okay. Kanonen in Türme. Oh, Kanonen in Türme. Oh, Kanonen in Türme schon bei uns. Aber der Rest, den wir hier machen, der bleibt alles hier. Immer noch von denen da reichen. Ich stehe für das Licht. Wird ja zu gerne noch mal angreifen, ne? Aber. Ich stehe für das Licht. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Ich stehe für das Licht. Gehen wir kämpfen. Einfach noch mal angreifen. Besteht etwa Gefahr? Einsatzbereit. Ein solider Plan. Da oben war auf jeden Fall sehr kritisch. Zeigt uns ein Ziel. Also da unten. Ach, come on. Zeigt uns ein Ziel. Dieser Kampf ist vorbei. Wir kämpfen. Ich stehe für das Licht. Zeigt uns ein Ziel. Wen wir kämpfen. Einsatzbereit. Hey, ihr da! Fangt! Sie sind tot. Hey, ihr da! Fangt! Dieser Kampf ist vorbei. Sie sind tot. Kostet den bittersüßen Tod. Ausbau abgeschlossen. Fresst Blei! Fresst blaue Wohnen! Das machen wir doch mit links. Zeigt uns ein Ziel. Aber dann kommt es damit. Komm schon, kurzer. Sind unterwegs. Mehr Arbeit? Komm schon, kurzer. Sehr gut. Mörder-Trop. Ja, mein Lord. Richtig. Hallo! Das machen wir doch mit links. Das Licht ist meine Stärke. Natürlich. Gehen wir kämpfen. Noch 10 Minuten bis zur UTAV Ankunft. Zeigt uns ein Ziel. Besteht etwa Gefahr? Bin mir halt nicht sicher, ob wir das machen sollten mit den ganzen Angriffen. Ja. Natürlich. Wo wollt ihr uns haben? Ich stehe für das Licht. Zeigt uns ein Ziel. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Komm zurück zurück zurück. Wo wollt ihr uns haben? Arbeit ist vollbracht. Ich stehe für das Licht. Zeigt uns ein Ziel. Jetzt ist er schon mal da. Ja, ey, ja. Ich stehe für das Licht. Ja. Ich stehe für das Licht. Wow. Das ist heftig. Und trotzdem noch werden wir belagert. Das ist heftig. Das ist heftig. Zeigt uns ein Ziel. Dieser Kampf ist vorbei. Versteht etwa Gefahr? Ein solider Plan. Oh. Wir müssen zurück. Jetzt. Einfach mal. Das ist weg. Das macht mir nur. Das macht mir nur. What the fuck? Wie konnte das denn jetzt passieren? Ah. Scheiße. Das macht mir nur. What the fuck? Das wird interessant. Ich glaube ich zu Hause. Ich glaube, es soll das sein. Aber dann nicht. Ja. Ich verstehe jetzt mal. Ja. Das ist mal so. i. Die Siehle. Zeigt uns ein Ziel. Ich stehe für das Licht. Ja. Ich stehe für das Licht. Ja. jetzt gibt es keine rettung der süßen tod zeigt uns ein ziel ich will euer schütze gehen wir kennen sie sind ich stehe das licht das licht ist meine stärke zeigt uns ein ziel dieser kampf ist vorbei ich stehe für das licht einsatz vor allem Oh da, nimmt er den Heilbrang. Hast du. Hat er nicht. Das Licht ist meine Stärke. Ja. Ein solider Plan. Oh, ich glaube. Ich stehe für das Licht. Ja. Einsatz bereit. Wir müssen ein bisschen auf uns auffassen hier. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Bereit zur Arbeit. Sagt das Zauberwort. Was ist? Na gut. Ja, kannst du doch mal hinstellen. Kannst du mal reparieren hier. Gucken wir uns nochmal drei Stück. Einsatz bereit. Bereit zur Arbeit. Richtig. Jetzt war es doch noch ganz schön heftig. Na gut. Richtig. Das Licht ist meine Stärke. Richtig. Ich stehe für das Licht. Bereit zur Arbeit. Du hilfst. Na gut. Unsere Stadtklappe. Ich stehe für das Licht. Was braucht ihr? Ja, mein Linder. Es steht etwa Gefahr. Was braucht ihr? Eine Verbeugung ist nicht nötig. Die Türme halten wenigstens Worte raus. Arbeit ist vollbracht. Was? Befehler? Mehr Arbeit. Ich gehe in Arbeit ist vollbracht. Ja, mein Lund. Mehr Arbeit. Richtig. Was ist? Ich gehe in Arbeit. Besteht etwa Gefahr? Ich stehe für das Licht. Das Licht ist meine Stärke. Mehr Arbeit. Arbeit ist vollbracht. Eine Verbeugung ist nicht nötig. So, der kann da alles reparieren. Unsere Goldmine gibt nicht mehr viel her. Das Licht ist meine Stärke. Ja, habe ich schon fast befürchtet. Wissen wir das irgendwann sass. Arbeit ist vollbracht. Ja, mein Lund. Ich stehe für das Licht. Ein solider Plan. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Ja. Arbeit ist vollbracht. Das Licht ist meine Stärke. Ein solider Plan. Was ist? Ne, ne, ne. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Natürlich. Ich stehe für das Licht. Das Licht ist meine Stärke. Ich gehe jetzt zurück, weil wir müssen die erst mal verteidigen. Und ich glaube, wenn wir jetzt einfach hier vier, fünf Stück hinstellen, das wir verteidigen, dann sollte es gehen. Das sollte machbar sein. Das ist auch abgeschlossen. Sehr gut. Mehr Arbeit? Bereit zur Arbeit. Was ist? Wir sind ja nur noch drei Minuten, bis Uta kommt. Ausbau abgeschlossen. Sehr gut. Ich stehe für das Licht. Für die Ehre aus. Bereit zur Arbeit. Ich gehe dann mal. Na gut. Arbeit ist vollbracht. Ja, mein Lord. Ja, mein Lord. Mehr Arbeit. Bereit zur Arbeit. Ich gehe dann mal. Was? Richtig. Ja, mein Lord. Arbeit ist vollbracht. Versteht etwa Gefahr? Ja. Bereit zur Arbeit. Was ist? Das Licht ist meine Stärke. Was? Was ist? Na gut. Ich stehe für das Licht. Ja, mein Lord. Arbeit ist vollbracht. Oh, das ist schön zu sagen. Bereit zur Arbeit. Ach, wow. Drei. Was ist? Arbeit ist vollbracht. Na gut. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Ja, mein Lord. Mehr Arbeit. Unsere Goldmine ist eingestürzt. Was? Ich gehe dann mal. Jetzt muss er aufpassen. Mehr Arbeit. Na gut. Aber Uta kommt ja jetzt wieder zurück. Also alles gut. Ja, mein Lord. Was? Ich gehe dann mal. Ja, mein Lord. Mit rein theoretisch zu unten hingehen zum Reparieren, ne? Auch ein Kambus. Ich stehe für das Licht. Eine Verbeugung ist nicht nötig. Ausbau abgeschlossen. Jetzt wird gerichtet. Ausbau abgeschlossen. Ich stehe für das Licht. Ich stehe für das Licht. Natürlich. Also war doch easy. Eine Verbeugung ist nicht nötig. So, war doch easy. Jetzt kommt Uta und es ist alles in Ordnung. Es ist, als wir niemals die Viecher hier reingelaufen. Ich stehe für das Licht. Besteht etwa Gefahr? Ich stehe für das Licht. Alles easy. Ein solider Plan. Für die ist unmöglich. Ihre Zahl scheint endlos zu sein. Ach, Quatsch. Ich stehe für das Licht. Keine Verbeugung ist nicht nötig. Okay, jetzt komplett füffi. Das ist nicht schlecht. Ich nehme an nämlich richtig krach. Was ist mit euch? Okay, gilt das nicht. Okay, jetzt wird es langsam fies. Ich stehe für das Licht. Ich stehe für das Licht. Komplette Huter. Okay. Licht. Gib mir Kraft. Für Lordaum. Für den König. Uta. Eure Ankunft hätte nicht besser sein können. Freut euch nicht zu früh. Die Schlacht ist noch lange nicht vorbei. Ich bin überrascht, dass ihr so lange durchgehalten habt, Junge. Wäre ich nicht gerade jetzt gekommen... Ich habe getan, was ich konnte, Uta. Hätte ich eine Legion Ritter hinter mir gehabt, so hätte ich... Es gibt keinen Grund vor Stolz zu platzen. Dies hier war erst der Anfang. Jedes Mal, wenn einer unserer Krieger im Kampf fällt, wächst die Zahl der Untoten. Dann sollten wir ihren Anführer ausschalten. Wenn es sein muss, gehe ich selbst nach Stratholm und töte Malganis. Ruhig, Freund. So tapfer ihr seid, ihr könnt es nicht allein mit einem Mann aufnehmen, der über die Toten herrscht. Es steht euch frei, mich zu begleiten, Uta. Ich gehe. Mit oder ohne euch. Oh, alles klar. Das stimmt mit ihm nicht. Das stimmt mit ihm nicht. Alter, der kann doch nicht alleine. Eieiei. Geht dem aus sei. Wir machen für heute wieder Feierabend. Ich danke fürs Zuschauen. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bis dahin. Ciao.